Ihr singt im Chor, spielt ein Instrument oder bringt andere Leute zum Staunen? Seid ihr wahre Ballkünstler und eure Sportmannschaft ist wie eine zweite Familie? Ihr engagiert euch für soziale Projekte und helft anderen Menschen, die eure Unterstützung brauchen? Dann ist das deine Bühne. 3000 Euro für deinen Verein von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Dann bewirb dich jetzt online unter vereindesjahres.de Untertitelung des ZDF, 2020